Boffbjergs Auerhaus handelt von der gleichnamigen Schüler-WG auf der Schwäbischen Alb. Dieses Video soll euch einen ersten Überblick geben über Inhalt, Aufbau, Figurenkonstellationen und Interpretationsansätze. Detailliertere Informationen und Erläuterungen zum Buch findet ihr im Lektürenportal der Königserläuterungen unter www.lektüren-verstehen.de. Dort findet ihr auch weitere Videos von mir. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Der Roman besteht aus drei Hauptkapiteln mit sehr unterschiedlichen Längen. Darin wird die Geschichte von vier Jugendlichen erzählt, die in ihrem letzten Schuljahr eine Wohngemeinschaft gründen und zu der noch zwei weitere Jugendliche dazustoßen. Der Roman erzählt aus der Perspektive des Ich-Erzählers mit Nachnamen Höppner die Geschichte von seinem besten Freund Frieda. Frieda versucht, sich das Leben zu nehmen, wird aber noch rechtzeitig von seinem Vater gefunden. Nach einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik möchte Frieda eine WG im leerstehenden Haus seines verstorbenen Großvaters gründen. In die WG ziehen Frieda, der Ich-Erzähler, dessen Freundin Vera und die Mitschülerin Cecilia. Fortan macht es sich die WG zur Aufgabe, auf Frieda aufzupassen und ihn von einem weiteren Suizidversuch abzuhalten. Nachdem der benachbarte Bauer Seidel den Liedtext Our House der Band Madness missversteht, gibt sich die WG den Namen Our House. Irgendwann taucht Friedas Kindergartenfreund Harry in der Küche des Our Houses auf. An Heiligabend outet sich Harry vor seinem Vater als schwul, woraufhin er sein Elternhaus grün und blau geschlagen verlässt. Fortan wohnt er ebenfalls im Our House. Genauso zieht an Heiligabend auch Pauline in die WG, die gemeinsam mit Frieda in der Psychiatrie gewesen war. Weil Harry im Verdacht steht, mit Drogen zu handeln, wird das Our House von der Polizei gestürmt und durchsucht. Kurz später findet Frieda im Handschuhfach von Harrys Auto eine Pistolenattrappe aus Holz. Weil er mit der Attrappe auch auf Polizisten zielt, löst er einen Großeinsatz aus, bei dem die Polizei Warnschüsse abgibt. Nach diesem Abend ändert sich die Stimmung in der WG. Cecilia zieht aus, die verbliebenen Mitbewohner sprechen kaum noch miteinander. Nachdem das letzte Schuljahr für Frieda, den Ich-Erzähler und Vera zu Ende ist, bricht die WG auseinander. Um dem Wehrdienst bei der Bundeswehr zu entgehen, zieht der Ich-Erzähler nach West-Berlin. Dort lebende Männer sind vom Wehrdienst ausgenommen. Frieda beginnt eine Lehre als Fahrradmechaniker in einer hessischen Kleinstadt. Dort nimmt sich Frieda schließlich doch noch das Leben. Der Roman ist in drei sehr unterschiedlich lange Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel besteht aus einem Abschnitt, der eigentlich erst in der Mitte des Romans stattfindet. Hier handelt es sich um einen Vorgriff der Erzählung. Das zweite Kapitel besteht aus 30 Abschnitten, die die Geschichte bis nach dem Polizeigroßeinsatz schildern. Das dritte Kapitel besteht aus fünf Abschnitten, die ausgehend von Friedas Beerdigung dann nachträglich vermitteln, was zwischen dem Ende der WG und der Beerdigung von Frieda passiert ist. Der überwiegende Teil des Romans ist in chronologisch richtiger Reihenfolge aufgebaut. Das heißt, dass die meisten Informationen geordnet nacheinander gegeben werden. Es gibt aber Stellen, die aus dieser Ordnung ausbrechen, sogenannte Diskontinuitäten. Beispielsweise ist das erste Kapitel ein Vorgriff auf die spätere Handlung. Hier wird schon etwas geschildert, das eigentlich erst später passiert. Solche Vorgriffe nennt man Prolepsen. Das erste Kapitel ist also eine Prolepse. Im Roman finden sich auch einige Rückgriffe auf vergangene Handlungen. Beispielsweise schildert der Ich-Erzähler die Geschehnisse beim Großeinsatz der Polizei durch die Pistolenattrappe erst nachträglich. Solche nachträglich geschilderten Handlungen nennt man Analepsen. Sie sind das Gegenteil von Prolepsen. Die Figuren im Roman lassen sich aufteilen in Mitglieder der WG und Personen, die außerhalb der WG stehen. In der WG leben zunächst der Ich-Erzähler, sein bester Freund Frieda, die Freundin des Erzählers Vera und die Mitschülerin Cecilia. Später ziehen auch Pauline und Harry in die WG ein. Außerhalb der WG und in Konflikt mit den Bewohnern stehen die Eltern. So hat der Erzähler Probleme mit dem neuen Freund der Mutter, will Frieda aus seinem Elternhaus ausziehen, will Cecilia das Geld ihrer Eltern nicht annehmen oder wird Harry von seinem Vater verprügelt. Ebenfalls außerhalb stehen Lehrer und Mitschüler, wie der Deutschlehrer Faller, genannt Dr. Turnschuh, oder der Mitschüler Zentralverriegelungsachsel. Außerdem stehen verschiedene Vertreter staatlicher Behörden außerhalb der WG. So der Dorfpolizist Bogatzky, der Staatsanwalt oder die Polizisten bei der Hausdurchsuchung. Auerhaus kann als utopischer Roman über das vermeintlich richtige Leben verstanden werden. Wie sich in der Handlung zeigt, stellt das Gebäude einen Schutzraum dar, in dem die Bewohner einen Lebensstil entwickeln können, der ihnen gefällt und gut tut. Die WG führt ein Leben nach eigenen Regeln und eigenen Traditionen, die von denen des gewöhnlichen bürgerlichen Lebens abweichen. Die Stürmung des Auerhauses durch die Polizei beendet die Idylle in der WG plötzlich. Danach ist der Zauber des Ortes verloren. Cecilia zieht noch am selben Abend aus, die Mitbewohner entfremden sich voneinander. Im Vergleich mit den anderen Gebäuden und Orten im Roman wird klar, dass alles andere negativ konnotiert ist. Das Auerhaus dagegen, das weder eine moderne Heizung noch Telefon oder Fernsehen bieten kann, ist der Ort, an dem Frieder die glücklichste Zeit seines Lebens verbringt. Untertitelung des ZDF, 2020